Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn-Töchchen für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aus der Garnition öffnen und zwar habe ich mal wieder ein paar von den großen Kisten mit Bergungsgut besorgt, insgesamt 20 Stück. Und mit dem Hunter brauche ich da noch drei Teile raus und würde sagen, wir legen mal los und hoffentlich kriegen wir da was Schönes raus. Ich muss mal gucken, ob ich die Garnitions-Ressourcen schon ausgegeben habe. Ja genau, 800 habe ich noch, sonst meine ich wieder, dass es verpackt ist. Das letzte Mal, wo ich da ein bisschen gestruggelt bin. U-Team. Die Kisten kriegen wir übrigens über das Wiederverwertungsgebäude, wenn wir das auf drei haben und dann in der Garnition oben ein paar Missionen abschließen. Dann haben wir immer eine Chance, um die Kiste rauszukriegen und ich würde sagen, jetzt ziehen wir mal die Teile raus, die ich noch brauche. Oder auch nicht, weil im ersten haben wir ein Rüstungs-Upgrade drin. Ich brauche hier nämlich tatsächlich noch eine Flinte, einmal Armschie und einmal die Weste von dem Hunter-Set. Insgesamt brauche ich noch 13 Items und ja, mal gucken. Vielleicht ein oder zwei von dem Hunter-Ding werden schon nicht schlecht, wenn die drin wären. Bis jetzt sieht es schlecht aus, sind hauptsächlich Garnitions-Ressourcen. Ein paar Pflanzen habe ich jetzt auch noch rausgekriegt. Oh, was haben wir da? Einmal die Hände. Okay, die habe ich schon. Schade. Warte, schade, schade. Haben wir da ein Upgrade-Item? Hm. Ist ja jetzt nicht so ergiebig heute. Hauptsächlich Ressourcen. Hm, jetzt habe ich fünfmal hintereinander Ressourcen gekriegt. Sechsmal, ich berichtige. Und, was haben wir hier? Schultern. Äh, das habe ich auch schon. Worum steht da dran, dass es eine erzwungene Aktualisierung braucht? Komisch. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Teil Brustwehr ganz gut oder die Schusswaffe. Vier Kisten haben wir noch. Oh, Schuhe. Na, jetzt haben wir dann bald alles raus, was ich nicht brauche. Ah! Muss nur motzen. Da haben wir doch noch die Brust. Sehr schön. Dann sind es dann nur noch zwölf Items insgesamt. Und, ähm, zwei für den Hunter. Gut. Bin da ja halbwegs zufrieden. Solange wir mal ein Item kriegen, ne, kann ich gar nichts sagen. Brust auch noch rausgezogen. Dann sind wir schon wieder durch mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass es dabei war. Ah ja, Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.